Dieser Junge hat einen Bau gestohlen. Der Ladenbesitzer jagte den Jungen, durchquerte die Straßen und kam schließlich zu seinem Haus an. Da das Haus arm war, brachte der Junge den Bau zu seiner kranken Großmutter zurück. Aber die Großmutter wusste, dass der Bau gestohlen worden war, also aß sie ihn nicht und ermahnte den Jungen. Die Ladenbesitzerin hörte alles mit. Um die Großmutter des Jungen nicht traurig zu machen, ging die Ladenbesitzerin hinein und sagte dem Jungen, er solle in ihrem Laden arbeiten und bekam den Bau als Geschenk. Und sie vergaß nicht, dem Jungen etwas Geld zu geben und ihm zu sagen, dass dies sein Lohn sei. Du denkst, wie ist diese Frau?